Das Maxon Hall College ist nicht einfach eine Schule. Es ist eine der Schulen. Wer dort studiert hat, dem steht die Welt offen. Familien wie die Beauforts haben seit Generationen mehr Geld und Macht als so manches Königshaus. Und ich bin für sie unsichtbar. James Beaufort verkörpert alles, was an der Welt der Reichen nicht stimmt. Überdimensioniertes Privileg, Arroganz und Ignoranz. Hey. Was du in Sattens Büro gesehen hast, ist nie passiert. Du bist ein noch größerer Arsch, als ich dachte. Keine Ahnung was du vorerst bellt. Aber es ist mir inzwischen noch egal. Jemand wie du Kann jemand wie uns nichts anhaben. Zeig den Idioten da, wer Ruby Bell ist. Dänn PPips. Gehen es, lerne. Gerne. Er wird sie Emilisch geben. Per like die Figuren. Alles Liebe. Ich will es, ich will es, ich will es